Fußball ist der inoffizielle Nationalsport Englands und besitzt einen großen Stellenwert innerhalb der englischen Gesellschaft. Die ersten professionellen Strukturen des Fußballs wurden hier gelegt, bevor der Sportanhänger in der ganzen Welt fand. Geschichte und Entwicklung Die Wurzeln des Fußballs können in diversen Ballspielen gefunden werden, die in England schon vor einigen Jahrhunderten praktiziert wurden. Es dauerte jedoch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, bis die Bemühungen um ein einheitlich akzeptiertes Regelwerk Erfolg hatten. Die Football Association The Football Association, allgemein bekannt als die FA, ist die bestimmende Fußballorganisation in England. Die Football Association wurde 1863 gegründet und ist somit der älteste Fußballverband der Welt. Alle professionellen englischen Fußballvereine müssen Mitglieder der FA sein und tausende von halbprofessionellen und Amateurvereinen haben sich im Laufe der Zeit angeschlossen. Die Organisation The Football League, 1888 ins Leben gerufen, war die erste professionelle Fußballliga der Welt. Seit der Gründung entstanden weitere Ligen und in der jüngsten Vergangenheit versuchte man verstärkt, die so entstandenen Ligen zu einer Pyramidenstruktur zu vereinen, um den Auf- und Abstieg zu ermöglichen. Die Motivation zu diesem Schritt ist, jedem Verein die Möglichkeit zum Aufstieg bis in die höchste Liga zu ermöglichen. Egal welchen Status der Verein zu einer gegenwärtigen Zeit besitzt, Ligasystem, Struktur, höchste englische Spielklasse ist die Premier League, der 20 Teams angehören. Darunter befindet sich die The Football League, welche in drei Klassen mit je 24 Mannschaften eingeteilt ist. Diese insgesamt 92 Klubs sind alle Vollprofi-Vereine. Alle 92 werden auch als League-Klubs bezeichnet. Da bis einschließlich der Saison 1991-1992 die Premier League als Division I die vierte Spielklasse der The Football League war, Vereine außerhalb dieser Gruppe werden als Non-League-Klubs bezeichnet, ob schon diese in ihren eigenen, in sich geschlossenen Ligen spielen. Die oberste Stufe des Non-League-Fußballs ist die Football-Konferenz, welche als Spielklassen, die Nationaldivision sowie eine Stufe darunter die Konferenz Nord und South mit je 22 Klubs beinhaltet. Einige dieser Klubs besitzen Vollprofi-Status, andere sind semiprofessionell. Unterhalb der Konferenz sind einige Klubs semiprofessionell, doch besteht die Mehrzahl aus reinen Amateur-Klubs. Unterhalb der Football-Konferenz gibt es drei regionale Fußball-Ligen, welche geografisch eingeteilt sind, sich aber oft überlappen. Die Northern Premier League deckt den Norden Englands ab, die Southern League, den Süden, Mitte in England und teile Wales, sowie die Istnian League, welche den Südosten abdeckt. Einige dieser Ligen haben eine Premier League, auf welche eine First Division folgt. Einzig die Istnian League besitzt mit der Second Division eine dritte Spielklasse, welche auf demselben Level in der Ligastruktur steht. Wie die höchsten Spielklassen der Northwest Counties Football League, der Northern Counties East Football League, der Northern League, der Western Football League, der Wessex League, der Sussex County Football League, der Hellenic Football League, der Midland Football Alliance, der United Counties Football League, der Eastern Counties Football League, der Kent League, der Spartans Out Midlands Football League, der Combined Counties Football League, sowie der Essex Senior Football League. Jede dieser Ligen besitzt einen unterschiedlichen Aufbau der Divisionen, aber eines haben sie alle gemeinsam. Es gibt stets weitere Ligen darunter und diese decken einen immer kleineren geografischen Raum ab. In einigen Gebieten gibt es mehr als 20 Ebenen innerhalb des so aufgebauten Ligasystems. Die Ligen, die sich zwischen der 5. und 11. Ebene erstrecken, sind kollektiv bekannt als National-Lig-System und werden fest von der FA kontrolliert. Jede Liga verfügt über ein eigenes Regelwerk, folgt aber stets dem Prinzip, dass alle Vereine gegen alle anderen Ligateilnehmer zwei Partien ausspielen und mit drei Punkten für einen Sieg, einem Punkt für ein Unentschieden und keine Punkte für eine Niederlage in einem Spiel bedacht werden. Die Tabelle wird stets nach der Punkteanzahl sortiert, wobei der Verein mit der höchsten Punktezahl ganz oben und der Verein mit der niedrigsten Anzahl entsprechend unten in der Tabelle steht. Es existieren verschiedenartige Auf- und Abstiegsregeln und es ist jedem Team theoretisch möglich, auf eine beliebige Ebene zu klettern oder zu fallen. Dazu gibt es jedoch Mindeststandards, wie beispielsweise das Vorhandensein einer Flutlichtanlage oder eine bestimmte Sitzplatzanzahl im Stadion, die dazu führen können, dass einem Verein ein sportlich erzielter Aufstieg dennoch verwehrt wird. Die Premier League Die Premier League ist die höchste Spielklasse im englischen Fußball und besitzt 20 Vereine. Die Premier League zu gewinnen gilt als größter nationaler Erfolg und bringt die Qualifikation zur UEFA Champions League. Europas größtem Wettbewerb auf Vereinsebene Die Premier League wurde 1992 gegründet, nachdem sich die englischen Top-Vereine von der Football League erfolgreich lossagten, in dem Streben ihren Anteil an den Einnahmen zu verbessern und dabei unabhängig von niederklassigeren Vereinen zu sein. Weitere Verbindungen zu der Football League blieben erhalten und am Ende jeder Saison steigen drei Vereine aus der Premier League ab und werden durch drei Vertreter aus der Football League Championship ersetzt. Der Zweitplatzierte am Ende einer Premier League-Saison qualifiziert sich momentan, wie auch der Gewinner, ebenfalls direkt für die Champions League. Die Dritt- und Viertplatzierten Vereine qualifizieren sich ebenfalls, müssen jedoch einen weiteren, ihnen zugelosten, europäischen Gegner in einem Hin- und Rückspiel besiegen. Dies bedeutet, dass nur zwei Plätze in der Champions League für englische Vereine garantiert sind, wobei sich die Zahl auf vier erhöhen kann. Der fünftplatzierte Verein qualifiziert sich für den UEFA-Pokal seit der Saison 2009-2010. Europa League. Zudem können sich der sechst- und siebtplatzierte Verein für den UEFA Cup Europa League qualifizieren. Dies ist genau dann möglich, wenn jeweils eine der vier besten Mannschaften aus der Premier League, den FA Cup, englisches Pader für den deutschen DFB-Pokal, oder den League-Up, gewinnt. Die Anzahl der englischen Vereine, die sich für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren, wird von der UEFA festgelegt und richtet sich nach den Resultaten der vergangenen Jahre. The Football League, obwohl The Football League die weltweit älteste Liga ist, rangiert sie nur auf dem zweiten Platz in der Hierarchie des englischen Fußballs, nachdem die englischen Spitzenvereine 1992 austraten. Um die UEFA Premier League zu gründen, die Football League besitzt 72 Mitglieder und ist in drei gleich große Divisionen unterteilt. Die Football League Championship, Football League One und Football League Two. Reserve-Ligen. Viele Vereine besitzen Reserve-Mannschaften in separaten Ligen. In einigen unteren Regionen spielen Reserve-Teams gegen erste Mannschaften anderer Vereine. Die Hauptligen für Reserve-Teams von Profi-Vereinen sind die Premier Reserve League, die Pontins Central League und die Pontins Football Combination. Das System, die Darstellung in dem Unterartikel Fußball-Liga-System in England, verdeutlicht die Funktionsweise des Systems. Für jede Division wird die offizielle Bezeichnung, der gesponserte Name und die Anzahl der in der Liga spielenden Vereine angegeben. Vereine der jeweiligen Division steigen in die darüber liegende Division auf und in die darunter liegende Division ab. Pokalwettbewerbe. Die beiden wichtigsten Pokalwettbewerbe sind der FA Cup und der League Cup. Einige weitere nationale Pokale richten sich an Vereine in den verschiedenen Spielklassen. Der FA Cup. Der 1872 erstmals verliehene FA Cup ist der älteste und berühmteste nationale Pokalwettbewerb der Welt. Weit über 700 Vereine in den höheren Klassen können daran teilnehmen. Der FA Community Shield wird dann jeweils in einem Spiel im August zwischen dem FA Cup-Sieger und dem englischen Meister ausgetragen. Der Football League Cup. Der League Cup ist der zweitwichtigste englische Pokalwettbewerb und wird unter 92 Vereinen der Premier League und der Football League ausgespielt. Erstmals wurde er 1961 ausgetragen. Andere Pokalwettbewerbe. Die Football League Trophy, zurzeit bekannt unter dem Namen seines Sponsors als John's Twons Payne Trophy, ist ein Wettbewerb für Vereine der Football League One und Football League Two sowie einer Anzahl von speziell aus der Football Conference eingeladenen Vereine. Die FA Trophy steht den führenden Vereinen der unterhalb der Football League angesiedelten Klassen zur Verfügung und die FA Vase den Vereinen, die noch weiter unterhalb dieser Klassen spielen. Die FA Trophy und FA Vase ersetzen den ehemaligen FA Amateur Cup, der über viele Jahre hinweg der wichtigste Wettbewerb für Amateur-Vereine war. Vereine, die in Ligen spielen, die selbst für die FA Vase zu niedrig sind, spielen den FA National League System Cup aus. Der FA Sunday Cup ist ein Pokal für die Teams des Sunday League Footballs. Andere aktuell nicht mehr ausgespielte Pokalwettbewerbe sind unter anderem Full Members Cup, Super Cup, Anglo-Italian Cup, Anglo-Scottish Cup, Texaco Cup, Watney Cup. Nach Ebene 11 werden die Pokalspiele regional organisiert und ausgetragen. Nach Ebene 11 werden die